und soll ich heute vorbeikommen er kommt mit wird sie glaubt ihr meinte ich bin aber kurz auf gar da wird nicht sein mit dem zu tun haben holz ich brauche Holz in dem Moment sah Captain Matt überein holz schütterte und hat TNC gezählt warte bevor du mich haust warte bevor du mich haust nicht haust nicht haust ich muss jetzt meine Maske anziehen bevor du mich haust ah das ist eine Saddamaske ja muss ja auch das richtige Feeling kriegen ne wie noch diesen komischen Ball ins Maul stopfen ha 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 es mori ist tot nö nö was gehst denn noch hier was wollte ich denn überholen genau Kisten und Holz hat noch jemand Holz? eh ah hier ist noch hier ist kann ich dir bitte ich hab noch ein Holzbrett 1 ja 1 ist Tatsache 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 so ich packe jetzt meine Sachen in die Kiste und dann würde ich sagen das war's treffen wir uns mal eben im Dorf hä Dorf das ist ein Dorf und dann machen wir die hier auch es nö bleibt vie und es regnet Es riecht net! Schon wieder sonntig! Ey Kevin, du hast gesagt, dass du noch ein Holzblatt hast. Hä? Du hast doch gesagt, dass du noch ein Holzblatt hast, ne? Ja. Den kannst du mir das geben. Das ist rein in meinem Haus. In der Kiste. Beeil dich. Und dann kommen wir uns immer gleich. Nicht in 2 Minuten. Hetzt mich nicht. Selbst wenn die Session wieder ein bisschen länger ist. Sorge, Alter. Dann kann man nur noch. Sorge. 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 Ja, weiß ich auch nicht. Ich hab meins rausgenommen. Zumal. Obwohl, ähm, wir brauchen ja nicht alle zusammenstehen. Ja. Erstmal Tschüss von Dazia, wach? Ja. Das war's dann hier mit der Folge. Wieder so. Ja, das war's von Minecraft. Das war's von mir. Euer Captain Match. Das war's von Maurice. Das war's von Maurice. Bitte hör doch einfach auf. Wieso musst du die Scheiße doch machen? Maurice. Ach komm, der Bastard. Ja, und hiermit verabschieden wir uns. Outro. Warte, erst mal. Hast du mein Bett weggemacht, Maurice? Nö. Und warum ist Frau nicht dann in Timbaka? Weil Dominik dein Bett weggemacht hat? Nein, mein Bett war unten. Meine Sachen sind da ganz schnell. Was für Sachen? Ich bin doch selber erst mal auf dem... Warte mal. Maurice, hier liegen vier Werkzeuge. Und jetzt kriegen wir immer wieder her. Ich hab gar nichts. Warte doch, ich hab eine und halb... Ich hab nur Fleisch bei mir in Hand, aber bei mir hängt auch nach. Und ein Kürbis ging ich wieder auf. Ja, woher ihr seid gehauen? Ja. Ja, mehr hab ich nicht. Ich hab... Nur mein Fleisch und... ...mehr nicht. Ich hab's geil und kein Geld. Er hat mich denn jetzt schon wieder gehauen. Ich nicht. Ich bin runter auf dem Server. Achso, ich sollte noch was Info machen, ne? Ja, meine Sachen sind weg. Wo sind meine Sachen? Ja. Die müssen da eigentlich liegen. Ja, ich weiß nicht. Bei mir hängt's ja auch immer nach. Boah, ich geh jetzt einfach zum Server. Weil ich brauch das einzubinden oder so. Dann bis zum nächsten Mal.